Hallöchen und willkommen zurück zu... Game Over, das Spiel. Ne Quatsch, Gravity Man. GRAVITY MAN! Nicht schlecht, aber trotzdem falsch. Es ist... du hast es ja fast erraten... Megaman. Ich meine natürlich Diamond. Ich hab was auf meiner Zunge, das ist total unfair. Genau, da ist die Zunge schon. Immer ist die Zunge schon. Scheiße, zu Freude! Kannst nicht auf meiner Seite mal machen! Ja, jetzt ist er da! Oh, jetzt ist er da! Jetzt ist er auch wieder da! Er kommt immer wieder auf dich zu! Und er will die Kräfte stmpfen! Zack! Zack! He's not dead yet! He's not dead yet! Tja, das war die Macht der aufladbaren Schüsse! Nein! Greener! Green Girls! So, was haben wir denn? Stoni mal wieder? Ich haue jetzt auf A! Ne, wird nichts mit dem Goldenen. Warum tust du den Stoneman nicht eigentlich raus? Der ist eigentlich ein bisschen unnütz, weil er kaum trifft. Ja, aber dafür macht er 100 Schaden. Aber schau mal, von allen Dingen, die er hätte treffen können, hat er einen getroffen. Wunderbar. Ja, aber er macht 100 Schaden. Das heißt... Das heißt... Sag du zuerst. Wenn du in die Prozedere gehen möchtest, dann würdest du wahrscheinlich im Pokémon Trading Card Game ein Feuerdeck spielen, wo du nur Lavados mit Sturzflocken und Feuerbombardierung spielen würdest. Ne, bei Pokémon, da hat mir ein Kumpel mal eine geile Kombination verraten. Einfach nur Mew als Pokémon und dann immer Psycho-Energie-Karten drin. Ich hab dir schon mal erzählt, dass die Strategie nicht aufgeht. Achso, du warst derjenige welcher. Und der bin doch Sommers-Toneman! Ne, er trifft sogar! Ne! Ne! Die zweite Rechtsbalken sind schonmal tot, aber das Ding kannst du nicht damit kaputt haben. Siehst du, der... Also eigentlich hätte der jetzt zweimal schon getroffen, den Goldenen. Ne, 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 ne... Dieses Geräusch gibt's morgen beim Jamba-Spar-Abo. Dein hat gelogen, er ist nicht bereit für irgendwas, ne, 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 ne... So much no. See. Äh, Dynamite 1, oh. Dynamiiiiiit zum in die Luft sprengen. Hey guck mal da, ne Barriere. Megaman benutzt den Pin. Megaman hat Angst. Hier ist ja gar nix. Hehe, versteckt. Megaman hat Schrappf memory. Ja, und jetzt mach ich kein... Megaman, bitte ich ausloggen. Nö, ich mach's jetzt anders. Was? Nein, ich will mich doch nicht in Decks einloggen. Mensch! Aua, aua. Oh man, raus. Ich wollt gegen dich kämpfen. Ich wollt gegen dich kämpfen. So, Red Go. Puh. Hallo. Puh. Gunsman. Gunsman. Scheiße. Ja ne, Bad. Gunsman. 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 So. Jetzt machen wir mal Klartext. Like a ge- nicely grandes. forget me. Gunsman. Going back andpark to see me с killed in my означ宿es making. So. Hoppla. Going back andpark to see me я пokus into the darkness. You can see me down here às sin as the epicоАu... What are you leaving for a sudden? Yeah let me take this first, so, let's go. wieder da. Ja, er ist wieder da. Aber ich muss trotzdem gleich noch mal pausieren. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Lass mich den wenigstens mal schnell besiegen. Dankeschön. Ja, doch. Kommt sofort. Fasting Level 4. So, kleine Pause. Gleich geht's weiter, Freunde. So, da sind wir wieder. Voller Begeisterung. Ja, voller Begeisterung. Ich habe jetzt alle Geheimnisse herausgefunden. Was für... Johannissimo betrachten. Achso. Ich hätte mich fast auf der Fliege gespuckt. Du, du weißt schon, dass du dein toter Mann sein wirst, wenn du das erzählst. Nein, nein. Da sind heute noch kein Mensch. Ich sage. Ja, das könnte durchaus die erste Folge sein, die zensiert wird. Ach, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich sage doch einfach nur, dass du du und du und wenn dein du nicht gedühlt hätte, dann hättest du eigentlich gar nicht gedühlt. Kannst du auch noch andere Geräusche machen? Okay, das beschreibt annähernd das, was passiert ist. Na ja, gut. Eigentlich fliegt Megaman-Power hoch. Nehmen wir uns gerade so vor. Da ist zusammen und dann aber... Ich glaube, ich lege gleich auf. Schlimm. Es ist nur schlimm, wenn du es dir genau so vorstellst. Es. Au. Au. Au! Au! Ich habe nur noch Stonebell drin. Kann das sein? Ach, Lekomio-Jetsu. Oh. Eins. Den anderen hätte sie doppelt treffen sollen. Nö. So, äh. So, ha. Komm her. Ich bin voll. Also, geladen. So. Ach, vergiss es. Zack. Bist du noch dran? Ich bin noch dran. Gut. Ich bin nur leicht gelangweilt wegen diesen ganzen Moskito-Gitos-Gitos. Die mich fast fertig gemacht hätten. Ach, was? Hattest du locker im Griff? Bin ich mir voll sicher. Genauso wie du in der letzten Folge einfach tausendmal gestorben bist, das Buster. Ja, das war neuer Rekord. Das passt schon. Allgemein. Oh, ich habe endlich meinen Rekord aufgestellt. So soll's sein. Und wir bekommen Moskitos 1. Oh. Ah. Kann ich nicht lesen. Also, ich meine den Code kann ich nicht lesen. Nicht das, was du wieder denkst. Ach, was. Ich denk doch gar nicht an sowas. Gut, dass du nicht denkst. Ich denke viel mehr. Da solltest du aufpassen, was du sagst. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst. Okay. Ich denke, dass du denkst, dass der, der denkt, die Gedanken nicht denken kann, weil die Gedanken sich gedacht haben. Denkst du, ja. Ja, und dann denkst du, dass die Gedanken sich nicht gedenken lassen und es sein könnten tun. Dann hast du ein Problem. Denkst du. Ja, denkst du. Nein. Nein. Und hier, genau hier, ist der Laden. Mit einer Heat-Armor. Wundervoll. Was mir gegen Sharkman nichts nützt. Ach, wirklich? Sicher? Na, sicher bin ich sicher. Warum kaufst du keinen Halt? Warum kaufst du keinen Halt? Warum kaufst du keinen Halt? Ich habe einen gekauft. Mehr konnte ich nicht. Warum konntest du nicht mehr kaufen? Weil ich kein Geld mehr habe. Warum musst du immer dein ganzes Geld aufgeben? Keine Ahnung. Mein Gott, bist du verschwenderisch. Später müssen wir sowieso gucken, wo was noch überhaupt fehlt. Natürlich. Ich habe mir zu Herzen genommen, alle Upgrades alles zu finden. Damit ich ein Maximal-Level von 100 bekomme. Na, was sagst du? Was soll ich sagen? Genau. Okay. So, was ist überhaupt unsere Mission? Skylab, alles klar. Es wird fortfohlen. Macht fortfertig. Oh, das ist böse. Es gibt ja dann sowieso überhaupt noch Netnavys, die sonst gar nicht vorkommen würden, wenn man nicht alles finden würde. Nur so nebenbei. Äh, was habe ich für eine Armor? Halt doch. War doch richtig. Wood Armor. Ne, ich möchte mal nochmal gegen Sharkman probieren. Ob ich gewinnen kann. Nicht. Wenn ich gegen ihn gewinne, bekomme ich nämlich noch was Schönes. ... ... ... ... ... Toll. Toll. Scheiße. Und... Ach, die Flosse war da dazwischen. Immer war es die Flosse. Was mache ich denn hier? Ja, scheiße. Ja. Was fragst du eigentlich so scheiße? Ich frag nicht scheiße, ich mach scheiße. Ja, das fragst du nicht, macht scheiße. Scheiß Fragen, Alter. Da, 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 da. Natürlich hast du die Hit-Rüstung dann an, wenn du gegen Haie kämpfst. Ich hab Wut an. Ach, du hast Wut an. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, okay. Das, wenn ich manchmal den Eindruck mache. Stößt trotzdem. Weiß. Vielleicht hilft dir die Aquarustung dann mehr. Nö. Alter, wo ist der Hai? Der Hai... ...ist nicht da. Aber er wird dich töten. Haichi, Bums, Baichi. Du hast schon wieder Stil beschissen angewendet. Scheiße. Du bist Scheibenkleister und merkst es nicht einmal. Du bist tot. Yay. Mega Man wurde gelöscht. Nein, er wurde ausgelockt. Ach, er wurde gelöscht. Er wurde ausgelockt. Da stand Mega Man. Mega Man deletet. Ja, das heißt auch ausloggen. Nein. Ausloggen heißt to log out. Delete ist löschen. Da sind die ich aus, meine Eltern. Dann geh doch zu deinem Fallerlabor. Ja. Fallervoll. Na, wo ist er denn? Da. Moment, war hier nicht noch was? Ach so, ID. Gut, danke. Da wollten doch sowieso hier Jor treffen. Wo ist denn der... Wo ist denn die Pappnase wieder? Das ist die Pappnase. Der lässt seinen... 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 Seinen Navi wenigstens nicht einfach so drauf... ...löschen. Wir haben ihn auch schon mal besiegt. Ja, aber... Ja, aber... Das ist vielleicht einfach... Aber du... Du bist ja fast das Ganze 15 Mal deleted worden. Jetzt erklär dir das mal. Hast du mitgezählt, oder was? Ich hab es grob geschätzt. Aber ich find's eh erstaunlich, dass Megaman 15 Mal gelöscht wird... ...und trotzdem gibt's noch so eine Spam-Datei Megaman-Hackle. Ja, wo ist denn der? Wir sind soweit gekommen, jetzt ist wir schon... Skylab ist. Skylab. Toll. Skylab ist groß. So, mach, wir schauen. Skylab. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Auch nicht. Nö, nö. Überhaupt nicht. Nö. Nö. Nö, nö. Auch nicht. Nö. Weiter. Bei Detz Labor war er auch nicht. Dann haben wir noch das Restaurant... und... und... ...und... ...ja, das Kraftwerk. Ist er im Restaurant... ...was essen? Ich glaube eher, dass er im Kraftwerk ist. Vielleicht hat er sich ja was zwischen die Kiemen geschoben. Ja, natürlich, das hat er. Nicht. Alles klar. Wie ich ihm die ganze Welt irgendwelche Hinweise geben möchte... ...und er einfach zu scheiße ist, drauf zu hören, sondern einfach nur eure Zeit verschwinden möchte. Pass auf, hier ist er nämlich... Oh, ne. Bist du jetzt im Powerplant? Ich bin jetzt im Powerplant. Du bist jetzt in der Powerplant. Ich bin jetzt in der Powerpflanze. Du bist jetzt in der Powerpflanze. Das ist jetzt sicher verschlossen, das ist gut so. Siehste. Hier ist er Ohnig. Ja, aber da ist noch ein Raum. Ja, wenn du rausgehst, weiter rechts, da war eine Tür. Ja, hier geht's nicht rin, da ist zu. Und da geht's auch nicht rin. So. Schön. Können wir hier auch klettern? Können wir nicht mehr, schade. Warum willst du das machen, wenn du schon den Aufzug benutzen kannst? Keine Ahnung. Hast Spaß. Ist er vielleicht doch am Wasserkraftwerk? Aber sie haben ja gesagt, Skylade. Ich sehe Skylade. Mal sehen, ob er Skylade ist. Ne, ist er ja nicht. So, hier war er auch nicht. Mal. Vielleicht ist er sich einfach nur getarnt. Vielleicht musst du auch die Leute fragen, Wolf. Frag doch mal die Leute um die Gegend, ob sie irgendjemanden, ob sie den Xenamen haben. Wieso bin ich nicht draufgekommen? Weil du scheiße bist. Was sagst du? Ne, eigentlich. Schaut, dass du den Charter bewertest. Seid, das ist froh. Was, 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 du, ein, einmal, wirst du, mich, schub, 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 schub. Ja, aber das ist so früher, Mann. Hast du ja nicht früher gesagt. Ich hab's aber früher gedacht. Dann aufzudenken. Damit du das Spiel überhaupt nicht mehr durchschraubst. Richtig. Vielleicht werde ich auch gar nicht alles am Ende, aber ich werde wenigstens seine Nevis zeigen. So, er war in Den, er war in Den Town. Achso. Siehst du, was passiert? Wie willst du nochmal jetzt klären, Mann? Keine Ahnung. Ich hab' mir zuerst mal ein einfaches Spiel rausgesucht. So, und jetzt geh' und da, ich weiß nämlich, wo du es mit Glied ist. Alter, war mal. Ja, da, wo du nie hinweggehen willst, in der Sommerschule. Du bist mit Glied, verdammt nochmal. Deine super tolle Über-Idee hat dir nichts gebracht. Da geh' ich halt hoch. Wie wollen denn da? Ja, geh' hoch. Ist er vielleicht bei Miu? 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 Ja, Oma, weißt du, wo er ist? Nee. Miu? 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 Ich bin so eng, ich kann nicht mehr auf die Straße. Miu? Miu? Falsch. Da. Da ist die Weltkante. Da darfst du nicht hin. Miu? Ich verfluche dich! So, was willst du? Wenn du ein World 3-Mitglied bist, dann weißt du doch über das Internet. Das Un... Das Un... Ja! Ja! Das Unternetz! Jawoll! Das Unternetz! 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 Hey, na? Hey, listen! Hey, listen! Ich will dem Unternetz! Ich will dem Unternetz! Ich will dem Unternetz! Aber ich muss das Endspiel stoppen! Mega Man! Lass uns die World 3-Server-Adressen finden! Okay, zuerst... Okay! Das Unternetz! Das Unternetz! Okay! Oh, das hat gerade gesagt, dass jeder W-W-W-Member wissen sollte, wie das funktioniert. Ich will dem Unternetz! Ich will dem Unternet gehen! Mh, ehemaliges Ex-Super-BW-Member! Ich weiß schon, wen zu wählen! Ich weiß es einfach nicht! Weißt du es? Weißt du es? Ja, ich war weiß es! Dann werden wir ja im nächsten Part herausfinden, ob du recht hast! So Freunde! Yeah! Bis zum nächsten Part und ciao!